Grüeziwoll! Herzlich willkommen hier bei Versicherungspartner Costanzo. Mein Name ist Alessandro Costanzo. Wenn ihr euch fragen könnt, ob eure Autoversicherung zu teuer ist, dann sind wir hier an der richtigen Stelle. Wir arbeiten mit über 30 Gesellschaften zusammen. Wir schauen, wo hat der Kunde welche Leistungen versichert und schauen, ob wir dem Kunde draussen vermehrt auch etwas Besseres rausholen können. Das heisst auch nicht, dass wir unbedingt zwingend müssen, die Versicherung zu wechseln. Rein theoretisch ist es so, dass ich meinen Kunden anbiete, wenn sie ein Massenmandat unterzeichnen und meine Kunden werten, dass wir schauen, wie spielt der Wert. Wir nehmen die Offerte und schicken eine aktuelle Versicherung. Und je nachdem, bei relativ vielen Fällen, ist es so, dass die Versicherung dann etwas entgegenkommt und sagt, wir bieten das Ganze ein paar Franken günstiger an. Ein paar Franken, das ist nicht nur ein paar Franken, sondern je nachdem sind es zwischen 100 und 200 Franken, die sie wirklich entgegenkommen, wo sie eigentlich für die gleichen Leistungen, die sie versichert haben, bei der gleichen Gesellschaft weniger zahlen. Wenn Sie Interesse haben, das Ganze mal zu prüfen, dann melden Sie sich hier bei uns auf der Webseite. Und wir machen ein unverbindliches Kennenlangs-Spräch ab. Ich zeige Ihnen auf, wie Sie am besten profitieren können. Und dann können wir das zusammen miteinander besprechen. Wir schauen uns zum nächsten Mal. zilla